okay ohne replay anschauen jeder mensch hat es gesehen das ist möglich mini challenge jo leute und herzlich willkommen zu einer schönen runde happywheels falls ihr euch fragt dass ich bisschen leise rede das liegt daran dass warte ja das genau zwei meter von mir entfernt mein kleiner bruder pennt also nicht mein kleiner bruder sondern mein kleiner bruder mein ganz kleiner bruder beginnen wir mit dem level der green rope glaube ich wo habe ich mich erschrocken naja wie immer das erinnert mich daran dass ich damals noch breakdance war wo das war noch zeiten damals als ich mir mein c gebrochen habe und heute noch bisschen blut drang lebt nein wo das wurde ja richtig geil gemacht langweilig die eine folge da das mit dem stickman ich glaube zwar flingenden komplex oder sowas die kam ja richtig hammer bei euch an ich glaube nach dieser runde happywheels mache ich noch eine kleine runde und diesmal sowas ähnliches auch mit stickman aber nicht dasselbe ja übertreib halt so wenn ich wieder da bitte das will ich mich echt verarschen ne so letzter versuch nein 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 ach komm noch ein versuch so und jetzt bismillahirrahmanirrahim so weit war ich noch nie das hat tatsächlich geholfen ne das hat tatsächlich geholfen ich gebe jetzt nicht mehr auf das will ich jetzt noch schaffen okay das ist ein bisschen zu laut ich glaube ich stelle es nachher ein bisschen leise ein naja aber gute entscheidung nicht aufzugeben ja keine ahnung was ich gerade da stand ich versuche etwas lauter zu reden also so laut wie ich kann da bitte nicht aufwacht und mich richtig provoziert produziert war klick hier lol lol wie geil ist das denn hey oh lol okay ich check es nicht ach egal ist voll zu scheiß level man hot xxxx art was auch immer das bedeuten soll was ist das denn für ein mund ist es ein mund oder ist es das was ich gerade denke nee oder das ist doch nur ein mund oh nein oh nein er wacht auf hab den gerade versucht ein bisschen zum schlafen zu bauen ja was ist das denn Alter was ist das denn für ein scheiß voll da blöd kann ich fahren kann ich kann ich kann ich kann mich bewegt scheiße man ich habe keinen bock mehr also zurzeit ist voll der scheiß spinning wheels 99 was auch immer das bedeuten soll was auch immer das bedeuten soll oh easy ach so das soll easy sein naja da frage ich mich was hart ist schau timi 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 damn it das heißt timi ist tot impossible win ja das ist echt irgendwie laut ich muss nachher echt bisschen leiser stellen ohne witz ist impossible war irgendwie leichter als das easy nice would you raid bla 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 natürlich das da hier und schon wieder richtig wollte oder wie rich und und looky das daher oder ich hoffe locker easy nein Leute, keine Ahnung, was ist das hier für ein Scheiß, boah, ich hab keinen Bock das weiter zu machen, ist ja voll der Scheiß, ey, original Minigame, klingt schon mal gut, ah, so sorry wir den kleinen Cut, aber ich habe es jetzt ein bisschen gecheckt, oh, das war ein bisschen knapp, das war knapp, aber geiles Level, oh, ich sollte eventuell mal loslassen, ein bisschen später loslassen, nice, ich glaube, ich habe es, ja, oder halt mal gar nicht, ich muss perfekt loslassen, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann schaue ich mir die Replay an, hä, geht doch, das gibt's nicht, ohne Witz, okay, ohne Replay an schon, jeder Mensch hat es gesehen, das ist möglich, Mini-Challenge, come on, ah, wie geil ist das denn, als ob, dann muss ich auch noch da durch, ja, locker easy jetzt, first try, ja, first try, habe ich jedoch alles rausgecutt, Pokemon Adventure, ich kenne mich mit Pokemon gar nicht, ach, oder, warte ganz kurz, ach so, Pokemon Adventure, ich habe verstanden mit Pokemon Adventure, mit Pokemon kenne ich mich gar nicht aus, ich war nie der Fan von Pokemon, genauso wenig wie Star Wars, ich war eher so der Fan von klassischen Serien, wie zum Beispiel, ach, keine Ahnung, Spongebob oder Cosmon Wonder, oder mein Lieblingsfolge American Dragon, oh man, wenn es nicht verboten wäre, oder illegal in Deutschland, dann würde ich, dann würde ich sogar den Anfang von American Dragon als Intro benutzen, wäre bestimmt cool, jetzt komm, warte, ist auch schon wieder zu lang, jetzt gibt's nicht, ich kulle jetzt einfach hoch, ist mir so egal, so, einfach mal mit den Kopf festhalten, nein, 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 ich drück noch noch nach vorne wo war das gut von mir war das scheiße von mir jetzt kommt er ohne witz am liebsten würde ich jetzt rumbrüllen aber ich kann leider nicht vor allem nicht abend es gab 18 und 40 ich hasse es ich hasse einfach alles oh so geht es also so i wanna fly away when there's no tv da ba da ba ba wait komm jetzt ich finde es ist ganz easy komm her eingehen oh look how easy obstacles noch locker easier ohne witz ja mega locker easy was da denn die herausforderung gibt mir doch mal eine herausforderung mein gott was soll darin ne optical illusion vor Das kommt so aus. Have fun. Enjoy. Ah. 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 Lol. Awesome shape. Ja, auf jeden Fall. Hä? Hä? Ach, die ficken doch eh wieder meinen Kopf. Das ist heutzutage nicht mehr so ein impressive Lol. Lol. Ah. Wow. Das ist ein ganz normales Viereck. Warte, ganz kurz. Ja, ich nehme meinen Bleistift und das ganz normale Viereck. Warte, ganz kurz. Nice. Erstmal so ein Sahne Soft Pudding essen. Okay. Hör ich schon auf. Man hört auf mich so an zu motzen, ey. Hä? Wieso kann ich nicht? Ach du mal. Ah. So, jetzt habe ich auf mein ganzes Mikrofon auch gesammert. Ey, egal. Ist mir doch egal. Aber der ist richtig softig. Richtig softig. Stop and move your eyes around them. Hä? Ich check's nicht. Stop and move your eyes around them. Ich soll stoppen und meine Augen um das herumdingens. Ich check's nicht. Irgendwie ist das überhaupt nicht erklärlich. Jetzt sehe ich's. Jetzt sehe ich die Illusion. Lol. Das ist cool. Das ist cool. Das Zelda-Dingens von uns. Das ist... Das Zelda-Dingens von uns. Ja, ich sehe es. Irgendwie langweilig. Ich habe auch interessant. C ist parallel with A or B. Äh, warte. Ich hole mal einen magischen Bleistift. Mein magischer Bleistift sagt... mit B. Ja, der ist zusammen mit B. Lol. Das sieht wirklich aus, als wäre das mit A zusammen. Nicer, nicer. Die da müssten eigentlich alle gerade sein. Glaube ich zumindest. Ja. Boah, die sind genau alle gerade in einer Linie. Boah, das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ah. Dog or Rabbit. Ach so. Ja, ich sehe es. Ich kenne das schon. Dog or Rabbit. Ich sehe gerade nur den Hasen. Aber wo ist denn die Ente? Ach, da ist die Ente. Das ist eine altmodische Illusion. Auf jeden Fall cool. Jups. From. Defend. Caral. Erase. Ach, ist mir doch egal. Ich gehe jetzt einfach. Lol. Wenn man rumfährt, dann sieht es gut aus. Parallel or not. Ja, schon. Boah, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Aber ich will jetzt nicht so lange Zeit für Trödingens. Find der eh. Lol. Habt schon gefunden. Boah, das ist richtig gut versteckt. Da, wo Timis Kopf ist. Da, wo Timis Kopf ist. Zwei weiter oben. Da ist es eh. Aber auf jeden Fall gut. Look at the. Walf. Cod. Äh. Großes. Lol. Das sieht schon irgendwie cool aus. Find der different. Alter, okay. Das ist jetzt nicht mehr so schwierig. Das sollte jetzt eigentlich aussehen. Ja, war cool. Auf jeden Fall cool. Ich glaube, das sollte eigentlich schon mal ein bisschen. Ach komm, Def Ball. Weil ich es kann. Ne, Def Ball ist scheiße. Irgendwas cooles. Äh. Erstmal mein Bart rum. Streicheln. Pogofike Blue. Ja, Pogofike. Pogofike ist schön. Direkt erst. Äh. Direkt erst mal in die Axt springen. Oh, mein Kopf wäre fast ab. Der wollte die Mine auf mich her. Die kennen sich grad die ganze Zeit irgendwie gegen. Oh. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich sag's. Ich sag auch die Mine nicht, dass du tot bist. Alter. Wie viel Glück kann man denn haben? Ja, okay. Ich find. Das war's. Mit einer weiteren. Ohne Mini. Äh. Mini Kraft. Äh. Jetzt vor allem. Bisschen Joghurt kommt. Muss jetzt sein. Mh. 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 Boah. Jetzt werde ich Spaß haben, das Video zu bearbeiten. Ohne Scheiß. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr die Positionwertung da. Wenn nicht. Dann macht ihr, was ihr wollt. Ich würde mir jetzt einen Kommentar freuen. Aber sowieso. Überne... Abonniert mich doch einfach. Und dann rede ich auch nicht mehr so viel. Ihr verpasst auch dann keine Folgen. Macht doch unser Leben nicht so schwer. Nein Spaß. Ich nehme jetzt noch eine kleine Runde Stickman-Dingens auf. Eigentlich wollte ich heute mit Eli spielen. Skyblock oder so. Soll ich Skyblock? Nein, nein. Ich mach jetzt das an meinem Stickman. Mr. Stickman. Na ja. Viel zu sagen das eigentlich nicht mehr. Guck mal die fette. Boah. Wie fett ist die? Die sieht aus wie wie meine Nachbarin ey. Die sieht so richtig aus mit meinen Nachbarn. So fett wie die ist. Bisschen wie meine Nachbarin. Und bisschen wie meine Lehrerin. Ja, die sieht schon aus wie meine Lehrerin irgendwie. Naja, viel zu sagen gibt es eigentlich nicht mehr. Wenn ihr euch gefallen habt und blablablabla. Und ja. Ciao.